Ja, also wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Raymos X. Wir haben auch noch den Loosen anfallen, aber Tobi kriegt leider das. Ja, was spielen wir jetzt hier? Was war das nochmal? Wir spielen Bombe auf Winterhütte. Also so Heimskarte nicht, aber das geht man halt. Bombe auf Winterhütte. Das nimmt man auf, wenn der Curry wurde vor. Stell dir vor, es gibt eine Karte, die heißt so Winterhütte. Boah, das wäre voll geil. Tu ich mit dabei auch wieder die ganzen Spassen. Ich weiß, dass wir heute mit Tobi vorgenommen haben. Wir haben uns heute vorgenommen richtig zu gewinnen, ey. Das haben wir immer. Haben wir das? Curry. Komm, wir müssen jetzt gewinnen, Leute. Gib mal die Prognose ab, Curry. Was meinst du? Warum lebt der jetzt über so lang? Ich denke, dass wir uns heute wieder anstrengen werden, aber es wird nicht reichen. Super. Ich hoffe einfach auf unser Können. Aber du hast die Hoffnung, dass wir auf unser Können gewinnen. Ich hoffe es ja. Boah, die Wind, Leute, die ist schön. Hammer Westen. Danke, Patrick. Sehr gerne. Ich mag die auch. Ich werde bei B bleiben. Bei B, hammer B. Also eine ähnliche Karte gab es auch damals bei Rainbow Six Raven Shield, ey. Das weiß ich noch. Raven Shield. Brainy. Ah fuck, du. Boah, da hatte ich damals so eine Edition gehabt, die konntest du ausklappen wie so eine Sprengladung, Alter. Dann werde ich auf jeden Fall hier mal ein Lösch schön reinmachen. Boah, der Hammer, Alter. Aber ich werde meinen vierzehn Jahren damals gespielt. Das fand er geil. 14 Sekunden. Na, das ist doch scheiße. Das kannst du alles vergessen hier. Ey, Patrick, jetzt komm mal. 14 Sekunden, meine Freunde. Vier Sekunden. Nicht so depressiv, lieber Patrick. Ach, Quatsch. Ich hab doch mein Schild. Was hast du denn da, Alter? Schild, Schild, Schild. Und Ben läuft wieder mit seiner Bohrmaschine rum. Dann mach ich mal hier zu, ne? Ja, lass ruhig. Ich mein hier. Irgendjahr, dann muss ich den Bohrmerei ausmachen. Oh, das ist schon Action. Es war klar, dass du das bist. Okay, ich hab A mit Ben. Super, jetzt mach der hier zu. Lass mich nicht alleine mit dir im Raum. Okay. Okay. Ganz ruhig. Okay. Ja, Patrick, ne? Wie passiert das? Was, bist du jetzt weg, oder was? Was, bist du jetzt weg, oder was? Was, was passiert hier? Warst du das, Tobi, oder was war das? Ja, nein, nein, nein. Wir schießen hier rein. Okay, okay. Hä, wer? Gut, dass ich mir das Schild nochmal ordentlich dahingestellt... Wow! Ha! Alter! Das Schild wurde weggebogen. Ha! Tobi? Boah! Ben! Nein, nein, nicht hier! Nein, nein, da hinten rechts! Rechts, Ben! Rechts, Ben! Auf der rechten Seite, die Tür ist offen. Nein! Ihr könnt das besser markieren, anstatt zu sagen, Leute. Dann können wir besser hören. Soll ich zu dir kommen, oder willst du zu mir kommen? Komm zu mir, komm zu mir. Aber ich hab nicht mehr, ich hab nicht mehr lange. Fähre jetzt zum Fenster. Ja, der kommt eh jetzt, Patrick, Mann. Ich kann nichts machen. Ja, der, egal. Guck. So dumm einfach. Kann... Woher soll ich wissen, dass er mir die Wand da weg sprengt? Aber wie hat er die denn weggesprengt? Und was? Mit Sprengstoff. Ja, aber das war ne... Die war im Haus. Die Wand. Also nicht außen, irgendwie eine. Ist ja jetzt auch egal. Hier kommt einer immer noch, ne? Ja. Also ein oder zwei Leute sind das. Für mal Kameras. Okay, ich markiere einen. Äh, wo denn, Mann? Da bin ich markiert, Leute. Seht ihr, ne? Was für Pisser, Alter. Das gibt's doch nicht. Wir wissen nicht mal, wo die Kameras sind, Alter. Hm. Zwei Minuten noch. Nee, die sind einfach so gut, dass sie die Kameras einfach drauf scheißen, weißt du? Was das Problem gehört? Ja. Einfach so geile Typen. Alter. Ach du Bastard, ich hab den anderen gesehen. Fuck. Tobi, der ist drin, Curry. Oh, Tobi, das war ganz schwach. Boah. Oh, Leute. Gegenseitig, oder was? Ach, du hast dich wiederbelebt. Boah, nice. Auch die schöne Waffe. Ja, keine Chance. Ganz ehrlich, Alter. Ja, eine, ich guck durchs Loch und dann seh ich den so, wollte grad schießen und dann kommt einer von links durchs Fenster, ey. Ey, das regt mich grad so auf. Ich hab den so gesehen, den Typen und schießt nicht, weil ich dachte, das wär irgendwie einer von uns. Das ist doch scheiße. Hm. Du hast halt echt immer nur sekundelstel Zeit da irgendwie zu reagieren, das ist so krass. Ja, bei uns hat der auch echt gut alles plattgemacht. Der hat Patricks Barrikade weggesprengt, alles, ey. Die ganze Wand. Alles. Ja. Das ganze Haus, Alter. Ja. Boah, der Schnee. Ich saß ihn im Freien. Durch den Schneepilchen. Hab Schnee, ey. Machen wir mal Fuse. Haha, wir hast damals gelöschert, ey. Machen wir mal heute den Fuse. Den Fusel? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja, Tobi. Tobi, ey, du warst mich ja echt mal besuchen, ne? Boah. Der Keller, Keller ist nix. Hab ich den richtig dick jetzt eigentlich in der Schüssel gesägt? Was hast du, Tobi? Auf seinen Pott geschissen. Boah. Erdgeschoss, oder? Erdgeschoss, oder? Ja, Erdgeschoss, könnte sein. Also, Störsender. Ja, Erdgeschoss. Was sind die denn dann hier? Ich glaub, im Bildschirm geht ab und. Erdgeschoss, Bronze. Oder? Ne, 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 doch. Erdgeschoss, ne? Doch, doch, ja. Oh, Penis. Noch zehn Sekunden. Okay, Küche ist jetzt gleich irgendwo da in der Nähe. Mach. Einsatz in zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Beisatz in fünf Sekunden. Kommt, Jungs. Oh, guck mal, Feuer. Okay, ich hab den Entschärfer. Wir hatten hier ein Feuer gemacht. Wir hatten hier ein Lagerfeuer. Sonne, Sonne, Sonne Einsatzkommando macht erstmal ein Lagerfeuer hier oder was? Ja, ja. Wer baut denn im Wald eine Kamera hin, ey? Wo sind die jetzt? Geht zur Köche. Was war das denn jetzt für ein Schrei gerade? Ist das ein Horror-Game oder was? Wo sind die denn jetzt? Köche hier irgendwo. Warte mal. Wir sind irgendwo im Erdgeschoss. Also ganz oben. Aber wir gehen mit dem Dennis auf. Warte mal eben ruhig, hört man das vielleicht piepen? Warte mal oben. Lass mal oben lang, hier über die Terrasse. Du hier bist. Fein bei draußen. Alter, was ist denn hier los? Habt ihr den? Hast du den Ben? Ja, das ist gestürmt, ey. Lass mal hier. Jetzt ist der draußen noch, oder was? Nee, nee, das wird man... Nee, ist wieder reingelaufen. Ach so, okay. Joa, Alter. Komm zu dir, Patrick. Komm, wir gehen da rein. Echt? Ich hab da Schritte gehört. Aber dann springen rechts auch noch. Dann gehen wir da zusammen rein. Bob ist in der Küche, Leute. Ich hab links einen. In der Küche. Komm, mach an der rechten Tür, äh, an der Tür noch ein. Hier oben hin. Ja, gut. Ich werfe was rein, ja? Ja, in dem Raum ist keiner dran. Oh, fuck. Körner, bist du tot? Rechts, aber rechts von der Ecke ist, glaub ich, einer. Ich lebe noch. Ich hol dich, ich hol dich, glaub ich. Du bist draußen, ne? Ja, ja. Unten bei der Kellertreppe lieg ich. Komm, ich komm, ich komm. Warte, ich hab Flash rein? Nein! Guck weg. Ich hab den, ich hab den tot. Fuck. Der ist draußen, der Typ, aber das gibt's nur. Nice, ja. Aber geh du zuerst, ich hab nur noch 70. Die Bombe wurde lokalisiert. Shit, ey. Ja, wir müssen das Ding eh draußen aufheben, ne, Dennis? Guck mal, ich bin da. Ich bin da, aber der ist irgendwo hier. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, was, was? Hier unten ist auch einer Vorsicht. Da unten? Ja, ja. Oh, scheiße, ey. Ich bin irgendwie unkoordiniert heute. Boah, den hab ich aber schon von hinten geholt. Wenn ich zu dir jetzt kommen könnte, Bonzo, ne? Ah. Ja, ja, ja. Ben, das war dumm. Ja, aber ich dachte, blend, aber der lag da mit dem Besteck auf dem Boden, also. Wo ist die Kamera? Küche. Äh, hinter dir. Ach se, Patrick? Okay, sehr gut. Ja, ja, hab ich. Patrick hat mir übel zu den Arsch gerettet gerade. Der war mit dem Rücken zu mir. Der war auch nicht, dass da jemand aufguckt auf die Tür, ne? Drei gegen drei. Fuck. Hier ist ne Kamera. Aber wo? Ab. Über der Treppe. Okay. Kommst du dir rein? Hallo. Hallo. Mal nachladen. Was machen wir jetzt? Ey, wir müssen entweder durch die Luke oder so, ihr müsst auf jeden Fall irgendwo runter jetzt. Langsam. Weil dann ist das ganz alleine. Hast du ne Luke hier irgendwo gesehen? Ne, ne, ne. Hier ist ne Luke, hier ist ne Luke. Ja, lass mal klar machen. Also die springen? Ja. Geh nach draußen, genau. Ne, jetzt hol ich dir. Ah, das sofort rein springen. Alter! Genau hin! Hey, wo? Wo denn? Ah! Alter! Oh nein! 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 Pechsträne geht weiter! Okay, verteidigen. Das hat ja schon mal gut geklappt. Tobi, das passiert? Das ist vollkommen normal. Das ist vollkommen normal. Tobi, das hat so Vorsicht hinter dir. Auf einmal kommt Tobi auch aus dem Nix. Knallt mir einfach ab. Ja, gut. In jeder Session knallt einer mal jemand. Also, man muss ganz klar festhalten. Tobi hat in seiner Rainbow Six Statistik folgendes geschafft. Eine Geiseln-Headshot zu geben und sein Teammate. Na gut, das haben wir alle geschafft. Ey, sorry, Alter. Ich hab nur verstanden hinter dir und hab mich umgedreht. Also Tobi, von meiner Seite. Du hast einen guten Reflex, Alter. Du hast mich direkt sofort erwischt, ey. Also, wir haben es schon drauf, ne? Tobi auch noch Rekrute, ey. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir können töten. Oh Gott, ey. Äh, Westen. Warte, das schwede, ey. Das kann doch nicht sein. Westen! Können wir hier erstmal so ein Schild vor die Treppe stellen? Macht das nicht voll Sinn? Das blockiert doch komplett, oder? Wir können da rüber, schon locker. Echt? Ich dachte, das wäre so ein Superschild. Boah, der Raum ist ja so assi. Alter, der Raum ist richtig assi. Aber ich würde mich nicht da hinsetzen. Dann setze ich lieber hier, guck mal. Setz dich lieber hier hin und mach hier ein Loch rein. Weil du hast hinter dir, wenn du da über der Wand sitzt hast, direkt eine Trühe, Alter. Alter, kann man hier in die Badewanne auf das Schild legen? Das wäre nice. Aber hier, wo soll ich hier das Ding hinlegen? Was? Was für Ding? Ne, brauchst nicht. Ist egal. Ich hab diesmal eine andere Klasse. Ach, das macht doch alles keinen Spaß. Fuck. Glaubst du nicht mal irgendwo anders, ey? Der Raum ist richtig kacke. Aber ein Whirlpool. Ich bin genau gegenüber von dir. Ist das ein Whirlpool? Ne. Ist doch ein Whirlpool. Okay, jetzt ein bisschen, bitte Ruhe. Kevin. Ich will ja nur, ich will ja nur was für. Kevin. Ja, ja, ruhig, ruhig, ruhig. Guck mal, der Ben, der fängt schon gut an. Aber ich muss nicht umpositionieren, Alter. Brunzel. Fuse. Dennis, 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 weg, weg, weg. Alter, ich war Kameras. Scheiße, ich liege. Ich liege auch. Ja, der legt sich natürlich auch in die Badewanne, weißt du. Ja, das war dumm, da habe ich nicht mit gerechnet. Ne? Werde mich. Oh. Ich war da. Also, wenn einer gut spielen kann, dann ist das auf jeden Fall Kevin. Ich habe nicht gedacht, dass du das jetzt so schnell hinbekommst. Bei dir Action, Patrick, oder was? Ja, aber richtig. Okay. Aber ich habe den Raum safe. Ich habe nur ein Fenster zu sichern. Also, insofern. Ist es gleich, wir haben 4-4. Ich gucke mal die Kameras für euch durch und markiere. Okay, okay. Einer kommt im Hausflur die Treppe hoch. Markiert. Alles gut. Der kommt schon gleich hier bei mir, ne? Ja, hat er zerfetzt die Kamera. Von außen sehe ich jetzt nix. Meine heftigen kleinen Kerlchen sind platziert. Ich live, Patrick. Super, Patrick. Ja, smoke habe ich. Kommt, Jungs, wir holen uns die Runde. 3 gegen 4. Komm, ihr schafft das. Ich habe dem Hausflur einen Blick. Ich wurde entdeckt. Wie das denn? Sauberbrunze. No. Ich muss weg! Das ist noch einer. Das ist noch einer. Alles gut. Wurde jetzt so eine komische Furzgranate geschmissen. Ich war das. Ich war das. Werde die ganze Zeit entdeckt. Wechsel mal die Position. Andere Seite jetzt. Meine giftigen kleinen Kerlchen sind platziert. Hier bei mir am Fenster. Boah, das ist... Ey, in der Badewanne? Genau. Super, Kevin. In der Badewanne echt gut eigentlich. Der ist mit dem Sprengsatz links weitergegangen dann. Tobi, hier kommt einer auf der Seite gleich, ne? Nein! Ey, von wo war der denn? Guck mal nicht, dass der auch so geht, aber... Sniper. Sniper durchs Fenster. Ja, ja, dann genau. Guck lieber aufs Fenster, ey. Der ist draußen auf diesem... Auf diesem Vordach. Ah, der ist ja, der ist ja. Okay. Boah, das war schon nice von dem. Fuck ey, der ist alles weggesprengt. Also Kevin, passt da auf, ne? Ja, ja. Der ist jetzt ein Sniper. Der ist ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wo ist der letzte? Der ist draußen. Der ist draußen. Der müsste draußen, genau. Der Kevin... Boah, boah, von wegen, der ist drin. Der ist drin. Bei uns hier. Links um die Ecke. Links um die Ecke vorne. Aber bleibt... Aber macht langsam, ihr seid zu zweit. Der kommt zu dir, Bronzo. Nein! Hey, wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Der ist draußen irgendwo. Ne, der ist drin. Der hat mich von drinnen gerade gekillt. Ne, der ist draußen, der Typ. Bist du dir sicher, Tobi? Ja, bleib da sitzen, Bronzo. Der muss doch die Zeit, er hat keine Zeit. Der kann von der Sniper auch von drinnen, äh, von draußen reinschießen. Bleib leise. Hör einfach. Wer kommt hinter dir, Ben? Kann auch den anderen Raum machen, ne? Ne. Das ist gut, bleib da. Nur noch 15 Sekunden. Komm, 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 komm. Der platziert das Ding, glaub ich, ja. Ah, fuck, Alter. Ist so klar, ey. 5 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Entschärfer lokalisiert. Ich glaub, der ist links in den Raum. Links, links, links. Ja, da ist er. Genau. Da ist ein Fenster dann auch. Hä? Scheiße, Alter. Wie hat der das denn jetzt gemacht, ey? Ja, der lag schon da. Der hat durchs Loch geguckt. Ja, was willst du da machen dann? Hä? Ja, klar. Ich war schon längst durchgegangen. Alter, die Ration war ja krass. Ja eben. Ich war schon längst durch. Wuuuuh! Ja, drei neue Follow! Hammer! Ja, auch meine Kappe, ey. Nee, das war meine Schuld. Ich hätte Dennis noch nicht gekillt vorhin, ey. Egal, scheiß drauf. So, das war auch heute eine neue Folge Rainbow Six. Leider nicht erfolgreich. Wenn ihr Kritik in den Kommentaren habt, dann natürlich vollverständlich. Und ihr müsst natürlich auch mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben, wie ihr, oder was ihr besser machen würdet. Ich würd mich darüber freuen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Die geht dann aber wieder ein bisschen länger als die Folge, weil da werden wir gewinnen. Macht's gut, tschüss! Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö